Ben Baldes, Logbuch Nummer 1. Wir sind gerade kurz zuvor aus der scheiß Kneipe raus zu fliehen, weil wir sind auf jeden Fall die Letzte, wo in einem scheiß Disco lauter da rum sind. Ich filme jetzt alles einfach mit. Ich gebe jetzt noch Kippelstöche. Ja, ich gebe jetzt noch Kippelstöche. Moment. Nicht verschrecken, stell das Handy ab. Ui, ui, ui. Schmeiß einfach alles ein. Scheißdreck. Sechs Euro dreißig. Ui, schweizer Frank. Ich mache es einfach alles ein. Vier zwanzig. Vier fünfundzwanzig. Vier dreißig. Entsteck dich. Nö, 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 nö. Nein, 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 nein. Ich hab so viel Schwäz zerbran können, als Klänke. Ich brauch mir Kippen. Jetzt. Klappt es? Nein, es klappt noch nicht. Es klappt immer noch nicht, weil... ...ich der Beste bin. Und es klappt. Hammer. Es hat geklappt. Volles Rohr. Das sind 10 Schweizer Franken-Cent. Die sind nichts wert. Das sind 20 Schweizer Franken-Cent. Die sind was wert. Das sind deutsche Zigarette. Video Schluss. koherst. Das war's. Wer hat eine ganz andere Rolle? Vielen Dank.